Die folgende Übung heißt gegen die Schwerkraft und dazu legen wir uns hin auf eine feste Unterlage. Das kann natürlich auch eine Übung sein, die Sie schon gleich morgens machen nach dem Wachwerden. Aus der flachen Drückenlage heraus, die Füße können ein Bein aufstehen oder auch auf einem Kissen zum Beispiel abgelegt werden, denn wir üben mit einem Bein. Ich nehme das rechte Bein zur Decke hoch. Was jetzt passiert, ist, dass alleine schon durch die Schwerkraft die Blutströmungsgeschwindigkeit beschleunigt wird. Und was wir jetzt hier machen, ist wiederum einmal die Aktivierung der Muskelpumpe, der Wadenmuskulatur mithilfe des Sprunggelenks. Das heißt, ich strecke den Fuß und senke die Fußspitze zu mir herunter. Und zwar richtig mit Kraft, also richtig anstrengen und richtig mit Kraft die Fußspitze runterziehen und wieder strecken. Zehnmal üben, dann das Bein wechseln und das gleiche mit der anderen Seite wiederholen. Und wenn Sie möchten, dann können Sie diese Übung natürlich auch mit beiden Beinen gleichzeitig machen. Fußspitzen runterziehen und wieder strecken. Ideale Übung für morgens nach dem Wachwerden, um fit zu werden, um die Blutzirkulation in Schwung zu bringen. Wer möchte, kann zum Abschluss auch noch ein bisschen in der Rückenlage Rad fahren. Eine ideale Übung für unser Venensystem, um so dann gesund in den Tag zu starten. Und jetzt geht's mit dem Wachwerden. Und jetzt können wir auf dem Wachwerden. Wie war es so? Musik Musik